die erste welle übersteht und das will ich jetzt sehen ja freunde hallo und herzlich willkommen wir spielen geisel ja so lange mal wieder der folge ist eigentlich schon sehr lange hier das war auch mal schon weg komme ich nimmer hier panzerplanung achte ist auch schon weg alt da bist du dir jemand operator ausgesucht ist auch mute ja das war immer noch den mit dem ich am meisten immer alles gemütet habe und nichts abgeschossen habe aber man lernt ja die aus ist wie fahrradfahren eigentlich ich sag da jetzt mal nichts so muss das fahrradfahren am müller genau was auch jetzt gerade ich mal ganz 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 alten aus was der unterschied zwischen sechs um fahrrad fahren da kommen hauen aus der frage ich hätte ich du ich habe keine ahnung dann fahren mal bei der fahrrad er war gut wenn alle ins heilige zu einer freunde murie rr er ist sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ja so hier haben wir alles bleiben noch zehn sekunden da ist noch eher mit der wand auf den letzten fünf sekunden noch und der ganze die ganze schweire hilft man das nur auf von mir und dann habe ich aber nichts gegen ich habe es gewusst woher wusste ich das hier eine händlinge ich glaube ich ja auch noch lösen kann irgendwie eine oder beide seiten so hat meine herge guckte von kühlraum korridor kameras aus also weil ich meine hälfte kamera das noch offen alles oder da ist alles offen was probieren ich sehe noch nichts der miete der miete der miete ich gucke hier unten durch den türschlitz ich habe etwas gesehen ja was da an der tür einen habe ich durch die tür dann sind so ein bisschen nervös er war der war hier im korridor hier wo war sie oder wo war sie der ist ziemlich nervös dahinten er kann einfach nicht still sitzen ja er lebt noch ja was schießt hier ach scheiße von wo denn wo kam er denn jetzt her wie kommt er steht jetzt hinter die theke bitte ach so ja hier will der kanon einer habe ich geholt frost alter wo war jeder weg ne back auch schon wo war jeder noch recht schon sehr gut der ist auch weg ja dann ist nur noch und die war den gucke ich denn hier zu wo wird sie mucki ja genau da müsste sie irgendwo sein sauber läuft doch gut gut ja nichts gemacht gut 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 was passiert läuft doch oder was sie war schon vorbei bei dem gucki schon weg gesnackt ja die war vorbei das stimmt das ist geisel ne ob ich euch mit twitch kommen ja los komm hier twitch twitch die geile schnelle betäubungsgranate springladung ist gut mit twitch ja die springladung ja die braucht die ja was willst du eigentlich mit views ist das nicht ja und ich kann auch in räume views wo die geisel nicht drin sitzt ja das stimmt da hoffen wir mal dass die gegner nicht alle bei der geisel sitzen hier ist natürlich hier nichts war wir sowas von arsch bibliothek habe ich mir doch gedacht da oben ich mach hier ein zwei pünktchen ein zwei pünktchen ein zwei pünktchen fünf sekunden bis zum einsatz geisel in sicht das ist so weit dann wollen wir mal rein oh la la oh la la ich weiß auch was ich ein Film das ist sehr schön gut ne lieber Monäten wisst ihr das auch aus welchem Film diese diese aussage ist oh la la ne diese kannst du das besser komm mal sag das doch oh la la ja genau wisst ihr noch aus welchem Film das ist mit diesem oh la la alter hier ist die tipps hier ist sie nein keine tipps ich überlegte nachsteuerung sinnvoll ist das war ich doch der macht der macht ja jetzt ich glaube wir müssen dann nach 20 meter weiter ja ich weiß aber da lief grad einer hat da irgendwer schmeißt dann und blendt granatoren raus ich wollte das nicht oh man ja noch eine das kann von rechts sein das war hier unser ist das das der vierwärter seitlich spürst du es von oben von oben zu haben trott runter wie lächerlich echt dies wieder hochgegangen hast du sie ja und eine lag hier noch er die habe ich fast gar nicht gesehen fast hier wieder runter kommt die steht auf der treppe woge ich warte bis sie kommt ich glaube die kommt kein gewusst vom eigenen trug verbleibt aber schön gemacht youtube da ist uns keiner mehr wo du hast nur noch eine minute alleine das wird dahin das ist aber nicht wie ich das am besten lösen soll hier durch die luke springen die auf mit viel besitzer und guck mal warte mal in die ecke hinten jetzt da kann man gut gut 15 sekunden übrig so war der gaming tippen also der griff zur zweitwaffe ist schneller als das nachladen ja habe ich doch gemacht die habe ich doch gehabt die zweitwaffe gezogen hast du nicht gesehen sperr die auge auf ach scheiße mann ist noch nichts entschieden ist noch nichts entschieden genau das geht ja noch läuft ja noch jetzt mal nennt wird ob er wollte aus ja wird wahrscheinlich ein katzel ein kastel ich mache ich mache immer zu ich komme wahrscheinlich auch so eine blöde idee worauf du dich verlassen ganz ganz richtig witzige geschichten dann mache ich immer so ein moped rum die gegner haben die geisel entdeckt ja dazu gekesselt hat er gekesselt hat er die direkt vor der tür am fenster kommen hätte den länder gut gemacht wir sind ja hier oben schon sagt diese nichts machen ich bin an der kamera nein von hinten ist auch verreckt nach kommen wir mit zwei cameras rein die sind alle verreckt ich konnte nirgendwo mehr hin ja super da waren sie auch schon zu zweit ach die geisel noch nicht geholt haben doch jetzt geisel ist weg polatschen hin mit der geisel ich weiß nicht keine ahnung scheiße ich habe geahnt habe ich da doch ja die anderen die sind da so schlecht verreckt dass ich da ich war umziehen ich konnte nirgendwo hin da hat es ja auch kein fluchtweg offen gehalten ich wollte wieder zurück auf sport aber es war zugekesselt ich wollte jetzt nicht wieder einreisen weil kessel war ja nicht auf spot jetzt nicht wieder zu machen können das stimmt Kessel ist bei mir in ihrem rumgedreht wir kommen jetzt machen wir das hier mit der ruby oder der ruby ist ein kracher immer so geil die unten sind kürzer ja und nicht in die kippschen in die kippschen achso ja natürlich einsatz in zehn sekunden na gut wissen wir jetzt wo sie sind was sind das auch hier was ist ja wo geht soll ich mal hier von händeln jetzt necke ich den da so weg jetzt geht hier geht jetzt einiges immer was ich hier reinfutzen kann jetzt ne aber Termite und Dahuby sind schon auf dem Weg zur absoluten Eskalation Alter bleibt da bloß weg Dahuby bleibt da weg bleibt da weg nicht machen ich werde hier beschossen hier vorne ich habe den Stachelgrad zerstört jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand ja toll da sind jetzt unsere Jungs drin nein die wollte ich doch gar nicht nehmen nein ich habe doch da noch eine drin oder oder hast du ja wohl der ist im Arsch nachladen warte der hockt hinten noch warte ein bei du b der ist ja einer in dem tisch diesel nur reinkommst hinter diesen scheißen tischen ja warte mal ich war das ich versuche das mal anders stay alive ich sehe ihn noch nicht da ja 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 Ahhhhhhhhhh Ja, war mal weg, drüben. Ist er tot? Nein. Oh, der lacht an der Ecke. Tja, ist in der Küche drin. 15 Sekunden. Ziemlich in der Ecke. 10 Sekunden. Oh, ich wusste es irgendwie, ne? Ja. Oh, Mann! Scheiße, ey. Ah, wusste ich genau, dass ich nicht komme. Das ist der Rest, der so instant schnell verreckt ist, ne? Ja. Ich kann es auch nicht sagen. Ja, sehr bitter. Und das ist schnell, schön wage gequillt, damit er keine Sau sieht. Aber das sind halt die richtigen. Ja, tut uns natürlich leid. Wir haben nicht gesiegt. Naja, wenn es euch gefallen hat, trotzdem Deutchen, gebt Freutchen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ja, ich weiß, lieber Abonnent, vielleicht wird das mal ein bisschen mehr mit Rainbow Six Siege. Bestimmt. Wir sind dabei, wir sind dran. Okay, bis dann, Mädels. Macht's gut. Ciao, ciao.